Hallo und Willkommen zu einer Analyse eines Videos von Simon auf dem Kanal, also umgekehrt Nomis G. Rossmann. Und das Video heißt, warum ich kein HTS bin. Also ich bin, also ganz ehrlich, ich bin sehr betrübt, da schon am Anfang grobe Schnitze auffallen, die leicht hätten vermieden werden können. Da Simon ja öfters auf Atheismus TV mit dabei ist und mehrfach informiert wurde, was ein Nicht-Theist ist und was ein Nicht-Theist nicht ist. Aber daher verstehe ich ja einiges nun überhaupt nicht. Irgendwie gibt es bei ihm trotz der ganzen Informationen, die er bekommen hat, doch noch irgendwie Schwierigkeiten, das Konzept des Nicht-Theisten oder Atheisten zu verstehen. Er sagt zum Beispiel, das ist das erste Anti-Atheisten-Video auf meinem Kanal. Er richtet sich also an die Person, nicht das Konzept. Dabei geht es doch nur darum, dass ein Nicht-Theist oder ein Atheist lediglich nicht glaubt, was ein Theist glaubt. Mehr ist das doch nicht. Und das haben wir ihm mehrfach klargemacht. Der Atheist braucht einen Faktor, der darüber bestimmt, wie die Elemente zusammengeführt werden können. Nee, das ist völliger Quatsch. Und er sollte es wissen. Nochmal, ein Atheist macht keinerlei Aussagen oder Angaben. Es ist lediglich Nicht-Glauben, was ein Theist glaubt. Ende, Punkt, Schluss. Alles, was darauf oder danach oder was immer folgt, ist dann der Mensch, der dazu etwas oder zu irgendetwas etwas sagt. Und sobald ich einen guten Grund habe, etwas zu glauben, dann hält mich nichts davon ab, es zu glauben. Aber ein guter Grund ist halt die Voraussetzung. Nur gibt es keinen einzigen guten Grund zu glauben, dass irgendwelche Götter existieren. Aber was Simon da erzählt von Faktoren oder sowas, die Atheisten brauchen, das ist doch völliger Blödsinn. Als Mensch hingegen, also nicht als Atheist, also das ist jetzt irgendwie was, da muss man immer verstehen, dass wir von zwei verschiedenen Sachen reden. Als Mensch erforsche ich Phänomene in der Natur und finde nur natürliche Ursachen und Auslöser. Und sobald mir jemand etwas demonstriert und belegen kann, was außerhalb der mir bekannten natürlichen Erklärungen liegt, dann bin ich doch sofort dabei. Warum auch nicht? Ich habe da keine Blockade oder sowas. Und so funktioniert das ja auch, wenn einem Wahrheit, Berufsethik und Integrität wichtig sind. Ohne einen Schöpfer. Und dann sagt er, dass das zufällig so passiert ist. Nein, bitte nicht. Also mir ist kein Nicht-DS bekannt, der das behauptet. Keiner. Und wir Nicht-DS oder Atheisten von Atheismus-TV haben ihm das mehrfach gesagt. Ich weiß nicht, warum das jetzt so rauskommt. Irgendwie scheint er nicht zu verstehen, was Wissenschaftler sagen, wenn sie etwas sagen. Ich sage, es kann sein. Das heißt nicht, dass es so war. Ich glaube auch nicht, dass es so war, sondern lediglich, dass es so gewesen sein könnte. Das ist ein großer Unterschied. Und der Josef Gastner, der Atheistische Wissenschaftler, hat selber gesagt, das ist wie, wenn ein Affe Goethe's Faust abtippt, aber die Wahrscheinlichkeit ist er nicht null. Und deswegen ist es passiert. Okay, also hier wird es jetzt grausam. Denn erstens gibt es so etwas wie einen atheistischen Wissenschaftler nicht. Warum? Naja, weil es atheistisch als Adjektiv oder Attribut nicht gibt. Es wird so immer wieder verwendet, aber es ist Blödsinn. Kompletter Blödsinn. So wie ein kurzsichtiger oder demokratischer Wissenschaftler. Macht das einen Unterschied bei wissenschaftlichen Erkenntnissen? Wohl kaum. Naja, und zweitens ist ein demokratischer Wissenschaftler mit seiner persönlichen Meinung genauso überzeugend wie ein monarchistischer Taxifahrer oder was immer. Und drittens haben wir hier ein gravierendes Missverständnis, basierend auf mangelndem Wissen und einem Denkfeder. Herr Gastner betreibt ein Gedankenexperiment und sagt nicht, dass etwas tatsächlich passiert ist. Die Aussage ist einfach nur falsch. Diese Zahl ist nicht null. Und wenn Sie noch länger warten, sehr lange warten, und die Betonung liegt jetzt auf lange, dann wird er jeden x-beliebigen Text schreiben. Er wird Goethes Faustfehler freischreiben. Das ist die wirkliche Mächtigkeit, wenn Sie den Grenzwert bilden, wenn Sie also sehr, sehr lange Zeit unterstellen beispielsweise, wenn Sie unendlich lange Zeit geben für den Schimpansen, dann wird er jeden beliebigen Textfehler freischreiben. Genau genommen sogar unendlich oft, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir jetzt hier hören, was dort wirklich gesagt wird, dann ist das doch offensichtlich, dass hier das Verständnis von Simon versagt hat und nicht der Herr Gastner. In meiner langjährigen Erfahrung mit Gläubigen sind sowieso alle Argumente mit großen Zahlen, Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten so gut wie immer fehlerhaft. Ich weiß nicht, warum die es immer wieder anbringen und es passt nie. Aber so auch hier, da der Tee ist, einfach ohne Gründe oder gar Belege behauptet, eine spezifische Gruppe von Menschen, nämlich die ohne Götter glauben, würden so ein Blödsinn glauben. Also ich kenne keinen. Und was mich ebenso betrübt ist, dass er ohne weiteres solche Fehleinschätzungen ganz leicht vorher hätte überprüfen können und so diese Falschaussagen und diese Blamage hätte verhindern können. Wir waren ja im Gespräch und nicht nur einmal. Es ist, als ob er noch nie in seinem Leben einem Atheisten begegnet wäre und jetzt die abenteuerlichsten Beschreibungen einfach erfindet. Das macht er nur, damit er nicht an Gott glauben müsste. Warum? Warum nur? Muss er sich denn zwingen, an Götter zu glauben und dann noch an seinen Lieblingsgott? Also, um es klar zu sagen, ich finde so einen Gott, der alle ganz lieb hat, der hilft, beschützt, sich sorgt und für allgemeine Gerechtigkeit und das Wohlbefinden aller sorgt, das wäre doch richtig nice. Würde ich direkt begrüßen und ganz toll finden. Nur gibt es das leider nicht. Leider nicht. Nur, Simon erfindet hier ganz verheerende Adjektive für jemanden wie mich. Nur damit er sich wohler fühlt in seinem Glaubenswahn an seinen Lieblingsgott. Du würdest dem nicht glauben, aber dafür glaubst du an das andere, dessen Wahrscheinlichkeit mathematisch gesehen genauso groß ist. Oh weh, er lässt aber auch nichts aus. Die Behauptung, zum Beispiel jetzt dieser weiße Strich am Himmel, der wurde durch ein Flugzeug erzeugt, das kann dann getestet, überprüft und reproduziert werden und ich kann basierend auf meteorologischen Parametern vorhersagen, wann, was und wie da was passieren wird. Die Behauptung hingegen, dass ein Gott da mit einem Kreidestrich etwas hingemalt hat, mag zwar faszinierend sein, ist aber falsch und kann direkt widerlegt werden. Und daher kann ich diesen beiden Hypothesen, also Flugzeug gegen Gott, auf keinen Fall die gleiche Wertigkeit zuordnen oder zugestehen. Die sind zu verschieden. Da kann ich nicht sagen, das eine oder das andere ist dann richtig und deswegen muss ich beide gleichmäßig betrachten. Nein, muss ich nicht. Du kannst mathematisch nicht beweisen, dass Gottes Existenz noch unwahrscheinlicher ist, weil du hast keine Koordinaten dazu. Also langsam kriege ich den Eindruck, es könnte hier genauso gut Satire sein. Nur habe ich durch persönliche Gespräche mit Simon den Eindruck gewonnen, dass er es tatsächlich ernst meint. Also erstens kann eine Wahrscheinlichkeit von 0 immer nur höher sein als 0, wenn irgendeine andere Wahrscheinlichkeit vorliegt. Und zweitens kann man es mathematisch beweisen, denn 1 ist größer als 0. Und drittens hat das absolut nichts mit Koordinaten zu tun. Also ist dieser Punkt 1 schon mal unsinnig. Da es auf einer falschen Annahme beruht, dem Zufall. Dann sagte Gott, wäre es nicht logischer, an einen Schöpfer zu glauben. Naja und sofort kommt der zweite Denkfehler. Wenn 5.872 oder was immer wie viele Optionen existieren, aber nur zwei wahrgenommen werden, ist dies eine false dichotomie, eine falsche Dichotomie, eine falsche Annahme, dass es eben nur zwei Optionen gibt. Und er Gründe hat sich auf die Seite der einen von beiden zu schlagen. Aber beides ist ja falsch. Und was hatten wir noch nicht? Na klar, des gläubigen Lieblinges Pascalsmette. Und die kommt jetzt hier. Als Zitat aus einem Buch. Gottes Botschaft an die Menschheit. Warum sollte ich etwas Besonderes an einem Buch finden? Keine Ahnung. Warum brauchen Götter überhaupt immer Menschen, die Bücher schreiben können? Warum nicht effizienter und effektiver? So würde ich das wenigstens als Gott handhaben. Eben exclude the middle man. Also die Fehlerquellen ausschließen. Stattdessen direkt mit den Leuten kommunizieren. Direkt das mit meinen Subjekten, die ich ja erschaffen habe, mit denen in Kommunikation treten. Und stattdessen wird mir gesagt, es sei doch viel logischer, an eines dieser Götterwesen zu glauben. Anstatt dass ich meinen Griff benutze und selber forsche. Und dann kann ich ja auch dann weiter zurückgehen und gucken, was ist denn eigentlich bei der Entstehung der Erde passiert? Und dann kann ich ja noch weiter zurückgehen, was ist denn mit dem Universum passiert? Warum ist es denn dann logischer zu glauben, ich muss jetzt ein irgendein Gott, ein übernatürliches Wesen erfinden, wenn ich doch selber nachgucken kann, was passiert ist? Wo ist der Punkt, dass unabhängig von Beweisen es an sich logischer ist, dass das Universum keinen Schöpfer hat? Okay, also ich gebe hier freimütig zu, dass ich die Frage nicht verstehe. Unabhängig von Beweisen logischer, dass es keinen Schöpfer gibt. Also okay, verstehe ich nicht. Also wenn ich trotzdem eine Antwort wage, dann lautet die, ich kann mittels Logik und Beweisen zeigen, dass es kein intelligenter, denkender Schöpfer gewesen sein kann. Denn sobald Apologeten mit Attributen anfangen, ist das schon aus Ende. Und zum 487. Mal, Simon, ein Atheist hat keine Meinung zum Ursprung von Universum, Leben oder Bewusstsein, sondern nur bezüglich Glauben an Götter und Göttinnen. Wenn ein Atheist im Flugzeug sitzt und als Pilot tätig ist und ich frage, was ist unsere derzeitige Flughöhe, dann antwortet da nicht der Atheist, sondern der Pilot. Der ist dann nur zufällig Atheist. Und genauso ist das, wenn ich mir angucke, den Ursprung, also die Kosmogonie, dann ist das nicht ein Atheist, sondern ein Wissenschaftler, der das erforscht. Ich kann also nicht einfach sagen, der Atheist hat eine Meinung, das geht einfach nicht, sondern verschiedene Menschen haben, verschiedene, weiß ich nicht, Ausprägungen oder Steckenpferde oder es sind Experten auf verschiedenen Gebieten. Und da kann ich doch nicht sagen, ich bin ein Atheistischer Briefmarkensammler. Ich weiß nicht, warum ist das so schwer, das zu kapieren? Dass nur innerhalb seines Atheistischen Weltbildes Schluss folgert. Mensch, Simon, nicht schon wieder, das hatten wir doch schon ganz oft. Es gibt doch A, nichts Atheistisches und B, kein Weltbild, das basiert auf einem nicht vorhandenen Götterglauben. Nicht an Götter und Göttinnen zu glauben, ist genauso wie nicht an Drachen oder Einhörner oder Elfen oder Aschenbuttel zu glauben. Es braucht halt extrem wenig Zeit, es stellt auch keinen Aufwand dar, es verbraucht kaum Energie, es stellt einen nicht vor Entscheidungen, es gibt keine fragliche Moral oder irgendwelche widerlichen Rituale. Simon, ich würde viel lieber mit dir, Simon, über Gemeinsamkeiten reden. Das haben wir ja auch schon ein bisschen probiert mit Deborah zum Beispiel, damit wir nicht immer dieses Ihr und Wir, diese Abgründe da haben. Weil Simon glaubt, es war ein übernatürliches, geheimnisvolles Wesen, das unser Universum hergestellt hat, das Leben erschaffen hat, das Bewusstsein erschaffen hat, warum auch immer. Und ich sage lieber, dass wir nicht mit Gewissheit, also heute können wir nicht mit Gewissheit sagen, was der Ursprung war. Und ich werde mich erst dann festlegen, wenn die klugen Köpfe, die daran arbeiten, eine belastbare Aussage treffen können. Aber vorher bin ich so bescheiden und so ehrlich und sage, ich weiß es nicht, anstatt ein Fabelwesen zu erfinden. Jetzt mal ehrlich, was ist denn da ehrlicher? Was erfinden oder einfach zugeben? Ich weiß es eben noch nicht. Also ich höre jetzt hier auf. Also ich könnte jetzt jeden Satz weitermachen, aber irgendwann, es bringt ja nichts mehr. Das Video ist fast eine Stunde lang und es wird immer konfuser, widersprüchlicher und das ist also richtig bizarr. Simon ist in meinen Augen ein netter Kerl, aber auch der lebende Beweis für das Versagen des Bildungssystems, da hier weder Wissen über Chemie noch Physik oder Biologie oder sonst irgendwas vorliegt. Es ist nur ein Hinterherlaufen von allem, was obskur oder grotesk ist oder jeder beliebigen Verschwörungstheorie. Es kann doch nicht sein, dass jemand heutzutage beeindruckt ist, wenn man zwei Geldscheine im Portemonnaie hat, an die man sich nicht genau erinnern kann oder genau erinnern kann oder falsch erinnern tut oder kann. Oder ein Mann, der zweimal hintereinander einen Rubbel los mit einem Gewinn drauf kauft. Wieso ist man da beeindruckt? Es muss doch klar sein, dass wenn ein Kind von einem Tornado verschont wurde, da 200 weitere oder was immer, darin gestorben sind. Da kann ich doch nicht dieses eine Phänomen nehmen und sagen, guck mal, hier ist was passiert und das ist jetzt Gott. Also ich kann das nicht tun mir leid. Ich muss gestehen, also ich stehe hier nur fassungslos davor und ich weiß noch nicht mal, wo man hier anfangen soll, um einen Vorschlag machen, wie man es besser machen könnte. Ich würde mir wahrscheinlich irgendeinen der Punkte raussuchen, so einbestimmten und das mal richtig analysieren und zusammen mit Simon durchsprechen, weil dieses wilde Rumschlagen nur Schaum erzeugt, aber kein solides oder belastbares Fundament für irgendwas. Falls er damit einverstanden ist, kann er mich ja ansprechen. Aber irgendwie bezweifle ich das und ich werde nicht den Atem anhalten. Okay, soviel hierzu. Wenn jemand da noch was wissen möchte, ich bin jederzeit bereit, mich darüber zu unterhalten. Bis dahin, ciao für now.